Verantwortung, bald Papa Jan Laich seine Einstellung Jan Laichs, 38, Leben wird sich grundlegend ändern. Der einstige Berlin-Tag-und-Nacht-Darsteller hatte in der Vergangenheit mit dem ein oder anderen Skandal auf sich aufmerksam gemacht. Fälle von Körperverletzung oder Beleidigungen kamen bereits ans Licht. Erst kürzlich veröffentlichte der Schauspieler, dass er nun zum ersten Mal Vater wird, und deshalb wird er von jetzt an offenbar einen anderen Weg einschlagen. In seiner Instagram-Story sprach der 38-Jährige darüber, dass ihm seit dem Moment, als er von der Schwangerschaft seiner Freundin erfuhr, eines bewusst wurde. Spätestens seit diesem Tag kann ich nicht mehr der Typ sein, der ich die letzten zehn Jahre war, weil ich seit diesem Tag eine Verantwortung trage über eine Familie. Stellte er fest. Ich sehe da einfach eine unfassbare Verantwortung drin und nehme das halt nicht auf die leichte Schulter. Sondern möchte da irgendwie alles richtig machen, ergänzte er außerdem. Jan wisse erst seit ungefähr einem Monat von seinem baldigen Vater Glück. Seine verlobte Franzi hatte sich etwas Süßes überlegt. Um Jan die frohe Botschaft mitzuteilen. Meine Frau hat mich am 21. Dezember damit überrascht und den positiven Schwangerschaftstest im selbst gebastelten Adventskalender versteckt. Verriet der werdende Papa im Promiflash-Interview. Verriet der